ich freue mich sie bald zu begrüssen an der feier 21 juli 2023 einige von euch bekamen auch eine einladung sie war nicht vorgesehen für einige von euch und trotzdem bekamte diese weil hier sich das dunkel einmischte in einem vorgang vielleicht ist es sogar auch licht gewollt dass ihr diesen brief bekam denn es geht um ein großes hohes geistiges geschehen nun wenn ihr dabei sein wollt dann müsst ihr euch bei mir melden denn anders bekommt die keinen zulass an diesem tag obwohl alles draufsteht die adresse und der ort die zeit ihr könnt nicht daran teilnehmen nur wenn ihr euch vorher anmeldet ich muss wissen wer will kommen ich muss die person genau kennen muss von ihr wissen damit sie auch im reifegrad mithalten kann an dieser hohen feier so viel von immanuel markus